Warnung! Feindkräfte nähern sich! Wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Wiederhole, Phase 1 erfolgt... Dieser Tunnel ist unsere wichtigste Nachschublinie für Waffen, Nahrung und Medikamente aus der Außenwelt. Aber eine Gruppe Aufständischer mit Sprengstoff versucht die Quarantäne dort zu durchbrechen. Noch hält ihn eine Garnison der JTF stand, aber sie werden schwächer. Und wenn die Aufständischen die Schleusen sprengen, um durchzubrechen, wird der Tunnel geflutet, die Nachschublinie geht verloren und jede Menge Leute sterben. Wir haben die Bestätigung, dass Benitez dort mitten im Getümmel ist. Der Tunnel muss gesichert und Benitez zur Basis gebracht werden. Käpt'n, wir werden überrannt! Sie töten alles und jeden, ohne Ausnahme! Verdammt, wenn Sie die Schleusen sprengen, dann... Käpt'n, die haben ein... Aaaaaah! Aaaaaah! Wir sind die Schleusen! Jetzt glaube ich, dass wir eine Chance haben. Davon werden wir uns nicht mehr holen. Ich habe ihn nicht mehr holen. Ah, goh! Achtung! Hier ist eben eine Horde schwerer Jungs durch! Hier Captain Benitez! Er bitte sofortige Unterstützung am Kontrollpunkt linken Tunnel! Diese Arschlöcher stürmen die Blockade! Wenn Sie die Schleusen sprengen, könnte das ganze Ding geflutet werden! Die Schleusheer! Die Schleusheer! Die Schleusheer! Die Schleusheer! Verschissene Granate! 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 Oh, Mann! Achtung! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sind gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte. Ein paar dieser Kerle sind durchgebrochen und bringen Sprengstoff an den Schleusen an. Die wollen raus, koste es, was es wolle. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein Fisch. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Alarm! Feinde kommen in ihre Richtung! Verdammt! Das war knapp! Denen ist egal, wen Sie töten, um zu kriegen, was Sie wollen. Kommen Sie, wir treffen uns im Kontrollzentrum. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sieh mal, wer da ist. Verdammt. Meine Güte, was bleibt uns denn noch? Schön, Sie zu treffen, wer Sie auch sind. Ich hoffe, wir können auf Sie und Ihre Leute zählen. Es steht uns ein höllischer Kampf bevor. Hören Sie, wir haben gute und schlechte Nachrichten. Wir haben Division-Agenten zur Verstärkung, aber diese Typen da draußen, die lassen uns einfach nicht... Das sind die schlechten Nachrichten. Ihr seid alle tot. Das steht nicht weg. Schau mal daran. Du bist keine, die noch kämpfen können. Wir haben sie aus, wie wir es jetzt haben. Der kommt uns schlecht. Der kommt nicht weit. 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 Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt nicht weit. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. gut. Der kommt. 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 . Der kommt. . Der kommt. . Der kommt. Der kommt. . Der kommt. . Der kommt. . Der kommt. . Der kommt. Der kommt. Der kommt. der kommt. Ja. Wintérieur. Der kommt. Bei mir. begint er. Moselow. Wir sind sowas. Wagen. E ficar hier. Downfall. Dann glaube ich quasi. Ja, erlebte ich allen sterbe. Ja. Da kommt raus. Da war die zasadine rein. Eine nicht zurufe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie wollen sich von da hinten irgendwas kaufen? Boss, wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Wiederhole, Phase 1 erfolgreich. Stehter Strom. Tanks halten stand. Verstanden. Gut zu hören. Habt ihr die Zahlen für Phase 2 der Säuberung der Hudson Yards? 263 infiziert. 47... Agent, hast du Zeit? Wir haben nämlich ein Problem. Jemand hat an den Antennen rumgepfuscht und ich wette, du kannst mit Antennen umgehen. Wollte einem Verstand und deiner Ausbildung? Tust du mir den Gefallen? Machen Sie weiter so. Wir müssen diese Basis von jetzt an sichern. Wenn wir fallen, fällt bitte. Warnung! Verlassen des sicheren Bereichs. Warnung! 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 Sie machen gute Arbeit. Die ganze Zeit, also den Geburten, soll der Kopf überwinden. Diese Bastarde! Diese Bastarde! Ich frage mich, wo das Dollar-Gift herstand. Die können mich alle mal am Arsch lecken. Und sieh mal einer an. Das war richtig gut. Du hast alles repariert. Ich wünschte, Benni wäre auch so geschickt. Meine Güte. Schätzchen, ich habe schlechte Nachrichten. Ein paar sehr nette Leute werden von Plünderern als Geiseln festgehalten. Was ist nur aus der Moral der Leute geworden? Ich schicke dir die Koordinaten. Ich schicke dir die Koordinaten. Ich bin sehr enttäuscht von ihnen. Sarah Aufkunft. Wie können wir helfen? Ja, ich wollte eine vermisste Person melden. Es geht um meinen Bruder. Okay, Ma'am. Wie heißt er? Trevor. Er heißt Trevor Sloan. Wann und wo wurde er zuletzt gesehen? Wir waren vor dem Madison Square Garden vor zwei Tagen. Er war plötzlich verschwunden und dann... Ich habe vor der Post auf ihn gewartet. Aber er ist nicht gekommen. Ich weiß nicht, wo er ist und jetzt bin ich ganz allein. Wann? Die Schäden haben wir keine Sorge. Und dann schlagen wir ein paar Schädel ein. Die Schäden haben wir keine Sorge. 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 Die Pheiler kommen alle zurück zum Himmel. Ich werde ihnen ein leckeres Thunfisch-Sandwich vorbereiten. Super, Schoss. Super, Schoss. Oh, Schätzchen. Da draußen läuft eine kaltblütige Mörderin rum. Eine gewisse Michelle Mason. Ich soll dich wohl bitten, ihr das Handwerk zu legen, aber du musst mir versprechen, vorsichtig zu sein. Ich lade ihre letzte Position hoch, aber du kannst nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Hey, schön, Sie zu sehen. Ich bin so dankbar. Sie haben ja keine Vorstellung. Alles klar, oder? Sollen wir dich keine Kekse? Ja, ich bin so dankbar. Ja, da ist das! Ja, siehst du! UNTERTITELUNG Das ist egal, ob wir sie betragen. Che c'è ora? Dai, di matto, oppure tu? Mein Gott, es ist einfach furchtbar. Wir sollten eigentlich gestern eine Lieferung Medikamente erhalten, aber die sind verschwunden. Denk nur an die kranken Menschen, die darauf angewiesen sind. Könntest du wohl danach suchen? Das war leid. Wir könnten ein bisschen Krawall machen. Hey, schmeiß den Krawall! Ah, wir haben ihn! Let's go! Das war's für heute. Das war's für heute. Das sieht nicht gut aus. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Das ist nicht wahr! Komm schon, komm, komm! Oh, mein Gott! Komm schon, komm! Der JTF. Komm schon, komm schon! Gehört hier nicht her! Komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! Oh, mein Gott! Komm schon, komm! 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 Komm schon! Komm schon, komm! 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 Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon, komm! Komm schon, komm! Komm schon, komm! Das war's für heute. Wir sollten eigentlich gestern eine Lieferung Medikamente erhalten, aber die sind verschwunden. Denk nur an die kranken Menschen, die darauf angewiesen sind. Könntest du wohl danach suchen? Was? Keiner kommt von dieser Insel runter. Wir können nur durchhalten, bis es wärmer wird. Es wäre leid für dich. Ah! Ah! Vergessen, auf welcher Seite Sie stehen! Kommen Sie klar? Warnung! Eintreffende Gegner! Warnung! 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 Ach, sie haben ihn! Ich muss schon sagen, wir sind alle schwer beeindruckt, wie du die Medizinlieferung gesichert hast. Ich werde Benni von dir erzählen, wenn ich ihn sehe. Das wird ihm gefallen. Alles Glück, ihr wählt ab. E-Level sind beim Eingang bei Abels krank geworden. Da gibt es eine Verbindung. Ich frühe mir den Hintern ab. Alles Glück der Welt da draußen. Boah, ich frühe mir den Hintern ab. Ach, ich frühe mir den Hintern ab. Schau�. Du bist die Ingenwieder. ach